Ok, das nächste Übung, was wir machen, wird ausgeführt von der Liegestutze Position mit beiden Händen in der Fit Kit Probe und beide Füße in der Jomo Jam XT. Dadurch geht das Becken nach oben und wieder runter, nach oben und wieder runter. Das nennt man der Pike Position, Liegestutze mit der Pike Dynamik. Ok? So, das geht mir mal rein. Ausgangs Position, hier wir go. 1, 2, 3, 4, 5. Man bleibt hohe in der Pike, fort der Core Muscular Tour, wieder runter. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Und stop.